Was ist ein ideales Bratenstück vom Rind? Ein ideales Bratenstück vom Rind ist das hintere, ausgelöste. Wenn das Ganze über Nacht gut gewürzt ist, wird der Griller vorgeheizt, direkt am Grill angegrillt und dann in die indirekte Zone gelegt. Man kann rechnen, dass man ca. pro Kilo eine Stunde benötigt, wenn die Temperatur ca. 180 bis maximal 200 Grad gewählt wird. Das Ausgangsprodukt eines hinteren Ausgelösten hat ungefähr 2,5 bis 3 Kilo und somit hat man eine Gesamtzeit von 2,5 bis 3 Stunden zu erwarten.